einen wunderschönen guten morgen und willkommen zurück zu bulli die ehrenrunde wir machen hier weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben hier mal gucken ich hatte schon mal eine aufnahme gehabt aber da ist einfach das game einfach abgestürzt ohne dass ich irgendwie ja ich hab nichts gemacht das game ist einfach abgestürzt keine ahnung woran das gelegen haben könnte so damals die vier nämlich das habe ich nämlich gesehen gehabt dass man die nämlich auch machen kann dass man die hätte ich das vorher gewusst hätte ich die alle gemacht haben wir müssen ja nun gleich uns in die falle legen also ins bett legen und ja das schaffen wir ja nun nicht mehr an der zeit weil um zwei soweit ich weiß schläft er dann sowieso automatisch ein deswegen ist es ziemlich sinnfrei dann ja jetzt noch hier rum zu rennen wecker telefon was willst du von mir was auf die fressen so 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 Oh, der hat aber Angst jetzt hier, mich anzugreifen, oder was? Was? Die fängt immer mit Quatschen an und das war's dann. Wir müssen, das traurig ist jetzt, wir hatten nämlich gerade das Chemie gemacht, in der Feueragentenfolge, also da wo es abgebrochen ist. Und da haben wir es ja geschafft und nun dürfen wir den ganzen Spaß wieder von vorne machen. Und das ist halt immer gar nicht mehr jetzt so einfach, die richtigen Tasten immer so, dann so schnell zu drücken. Sehr gut, carry on. Faszinierend, isn't it? Gut job, keep paying attention. What are you doing? Es ist aber diesmal ein komplett anderes. Merke ich gerade, es ist ein komplett anderes. Keep up the good work, you're almost done. Good work, you have a future in chemistry. Oh my god, James, keep your mind on what you're doing. Ja, das war's. Ach ne, noch eine Chance haben wir, okay. Na, wir sehen, ob wir es jetzt wieder schaffen, ähm. Good job, keep paying attention. Ja, wieder zu früh gedrückt, man. Scheiße, 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 man. Verdammte Kacke, ja, ich hab halt wieder zu oft, ich hab so schnell gedrückt. Ja, ja, quatsch dein Clou voll. Boah, es geht ja schon wieder um eins weiter, gellä. Ach, scheiße, das geht man ja nie hin. Na, komm schon. Ach, scheiße, ich schaff das nicht. Hab ja nur bis um eins Zeit, weil dann geht's ja schon wieder weiter mit der Schule. Ach, Mann, verdammte Kacke. Englisch 4. Na, mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob wir es schaffen. Die Hammarschumma. Ja, ich habe es geschafft, mit dem. Ich hab dich mal so. Die Hammarschumma. Gut show. Hmm. Ein? Ja, ich habe es geschafft. Well done. Ein? Ein? Das ist richtig. Ein? Niete. Wo kann man denn mischen? RT. Ätne. Ätne. Dann geht auch bestimmt rein. Ach, ich bin auch duft her. Eier. Ei. Ach ne, es müssen ja immer drei sein. Eier geht aber. Eier. Eier. Eier geht. Eier geht, ne? Dann geht auch Eier. Ah, Tier. Ah, da guck mal, da geht er. Da geht er auch. Eier. Eier. Eier geht, ne? RICH. Eier! Eier. 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 Eier wird. Eier. Eier, Eier. 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 Eier República. Eier представляu, das ist schon mal besser als Uhren. Ich kann doch besser provozieren, denn das gefällt mir doch. Du siehst dumm. Vielleicht sollte ich nur deinen Scheiß kippen, oder? Es ist einfach, wenn du wie kennst. Ah, ok. Oh, ich kann trotzdem noch die... Die ist doch noch nicht abgelaufen. Ich kann die noch machen, cool. Sehr schön, ich kann erst noch machen. Hau doch mal ab, Mann. Was ist los mit dir? Ach, ich komme jetzt gerade nicht in den Spind rein. Ach, der ist gerade offen, oder was auch immer. Stimmt, vorher war er ja zugeschlossen. Ach Scheiße, da kann ich jetzt gar nicht schreien. Ah, jetzt, oder? Schließt er jetzt zu? Schließt er jetzt zu? Schließt er jetzt zu? Was haben denn die? Was haben denn die für einen Abgang? Sehr mysteriös. Warum schließt er das Ding in sich zu? Scheiße. Ach komm, dann leck mich am Schnürsenke, dann lass mal die Kacke. Dann lass mal die Kacke, wenn es nicht funktioniert. Oh, hier komm ich ja ganz lang, warte mal. Wir müssen sowieso, nee, warte mal, wo ist denn hier? Ist unser Ding, ist wohl hier vorne? Da müssen wir irgendwo hin, warte mal. Doch, da vorne, ganz von rechts. Ach, hier sind wir drückisch falsch. Ne, das ist hier, warte mal, wo ist denn das? Das bin ich in der Tür. Wow. Hier muss ich lang. Na, sag mir das doch einer. Was haben wir denn hier? Charakterbögen, okay. Was müssen wir denn jetzt wieder machen? Müssen wir wieder erst so'n gummischen Nerd da helfen. Hm. Mhm, ja. Ich bin bereit, eine Bagel Kroats zu dem vereinen Knall, wovon sie diese preissten Karten rüberkommt. Wollt ihr die Quest akzeptieren? Wie viel? 10 Kroats. Was? Ich meine 10 Bucks. Warte hier. Und ihr könnt eure Pick von meinen Wenzeln haben. Great. Was, ich darf mir ein neues Mädchen aussuchen. Was soll ich denn hier nehmen? Ach, bestimmt die Blumen, ja, die da will ich ansprücken. Den Schlag nur nach der Rüstung und dem schon. Genau, ich weiß nicht, hat der mir in die Eier getreten oder war das der andere? Weißegal. Ich werde dich grün und laut reden. Hier darf ich ja gar nicht raus, oh Mann aus. Hier muss ich raus, so, warte mal. Ja, ich bin Spacken, Alter. Sehr schön. Jedes Mal drück ich aufs Falsche. Hier ist zoomen, zoom, zoom, zoom. Komm her, du Spacken, komm, du willst es doch auch. Wir müssen immer noch mal zutreten, das steht leider so im Gesetz, wir müssen das tun. Wir müssen den leider verprügeln. Es steht wirklich im Gesetz, also, das ist ... Scheiße, jetzt lohnt es sich auch nicht nochmal in die Schule zu gehen. Schade, jetzt lohnt es sich wirklich nicht nochmal. Oder, ach komm, wir versuchen es einfach, komm. Ah, Trottel. Ist zwar jetzt gleich Sperrstunde, aber ist mir scheißegal. Hallo. Ich gucke jetzt mal wegen der Mission, ob ich die noch machen kann. Ah, schade, es ist immer noch offen, ach verdammte Kacke. Schade, sie brauchen wir es immer noch nicht machen. Schade, sie brauchen wir es! Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Müssen wir den hier hinter? Steck doch mal schon, oder? Ja. Wow, Alter. Wie kann ich jetzt? Kann ich noch nicht schlafen? Ach, schlaft ihr doch nicht. Ich werde es nur holen. Ah. Ah. Oh, na, dreht euch rum. Dankeschön. Hier muss ich rein. Hier muss ich raus. Oh, die Steuerung. Ich liebe die Steuerung. Oh, da fährt er zu weit. Oh mein Gott. Das ist so ein Schmutz, die Steuerung. Oh mich. Oh, what are you? Oh,GRUITS. Oh man. Ja, ich hab's geschafft. Was ist das denn hier? Ah, Library, Library. Maximale Kapazität. Da hinten ist auch was, ich würde gern mal irgendjemand verprügeln. Lachen die mich denn alle an oder lachen die mich denn alle aus? Das ist hier die Frage. Warte mal, ab wann ist Sperrstunde? Ach komm, ich versuch's einfach. Hilf Gary. Was ist das denn der für Anfälle? Ja. Garry. Was kommt denn jetzt wieder für Scheiße? Ich hoffe, die Polizei hat meine Applikation bekommen. Da kann doch nur wieder Scheiße rauskommen, oder? Schön in die Eier rein. Geh aufbeifeln. So, weiter. Ach. Was jetzt? Geh in den Keller. Was passiert denn jetzt hier? Geh in den Keller. Das ist ein bisschen anders, von wie ich es erinnere. Du hast besser weggelebt. Hm, ich denke, dass das Wunsch ist da. Immer das richtige Werkzeug für den Job. Wir zerschlagen hier alles. Wir nehmen alles. Oh, hier ist ja noch mehr zum Zerprügeln. Was haben wir denn hier unten für ein Holzstück liegen? Das kann ich gar nicht aufnehmen Ja, ja, warte, 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 Kommando Sehr schön Das wird mir wirklich gefallen Da kann ja noch scheiße bei rauskommen, oder? Das Knochen war nicht vorhin gelockt Jetzt überraschst du mich nicht Wir können da nicht rein kommen, wie können wir den Schlüssel bekommen? Wir können da nicht rein kommen, wie können wir den Schlüssel bekommen? Was ist das, Team? Du wirst wirklich gefallen, Jimmy Das wird mir wirklich gefallen, da kann doch noch scheiße bei rauskommen, oder? Da kann doch wirklich nur scheiße bei rauskommen, oder? Da kann doch wirklich nur scheiße bei rauskommen, oder? Wenn der hier sowas macht Oh, verdammt Wie denn nun? Wir können da nicht rein kommen, wie können wir den Schlüssel bekommen? Was? Irgendwas mit Besen? Jimmy, du Dutsch! Usch deinen Schlüssel, um die Bremse zu schlagen Oder was? Jimmy, du Dutsch! Usch deinen Schlüssel, um die Bremse zu schlagen Hey, Jimmy! Hey, Jimmy! See if you can knock the broom over somehow! Make it hit the switch! Hey, wie kann ich denn dann aber ziehen? Hey, Jimmy! See if you can knock the broom over somehow! Make it hit the switch! Jimmy, du Dutsch! Jimmy, du Dutsch! Usch deinen Schlüssel, um die Bremse zu schlagen Nicht hier, folge mich! Ach, da muss ich hier mit... Ach, da muss ich hier mit... Ach, da muss ich mit'n Pfeil nach oben Jetzt hier ist ein anderes Schlüssel, um ihn zu... Woah! Alter, hier gibt's ja viel zu mit kaputt machen Es sieht aus, wie ich das hier drücken muss, um die Kraft zu bekommen während du überraschst und den Schlüssel bekommst Nicht schlecht Alles kaputt schlagen Was liegt denn da hinten? Nee, gar nichts Okay, starte, starte Da hinten liegt da irgendwas spannendes Almost there! Was liegt denn da hinten? Nee, gar nichts Okay, starte, starte Da hinten liegt da irgendwas spannendes Almost there! Ah, hier sind die restlichen Körbse? Okay Wär ja schön, wenn wir jetzt hier alle finden würden Ah, da gibt's ja auch schon ein Transitter-Dingsteil Transitter-Dingsteil Für den Obdachlosen Körbiskopf haben wir freigeschalten So, warte Ja, 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 das machen wir jetzt Quick, bevor es wieder aufhebt Quickoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup Na, Sir, hat ein Schuh draus. Mann, 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 Mann. Wow, was gibt es denn hier noch alles? Ich muss mich erst mal hier umgucken. Ich muss mich erst mal umgucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas Spannendes gibt. Haben wir da wenigstens ein Gummiband gefunden, sehr schön. Ach, verdammte Kacke, wir müssen uns ja auch beeilen. Boah, was ist denn jetzt los? So, Jimmy Boy, here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school, I want to run this school. Only one of us is going to make it. And it's going to be me. Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell. Oh, man. Me, Russell. Gary, now I hate you. I know, Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. Come here. Russell wants vengeance. Boah, muss das jetzt sein? Oh, genau. Den interessiert das ja fast gar nicht. No, wie will man denn? Wie will man denn das ausweichen? What the fuck? What the fuck? Man kann doch gar nicht ausweichen. Oder kann man ausweichen? Ja, ja, wir wissen, du bist ein Volltrottel. So, Jimmy Boy, here we are. The hole. Ja, das kennen wir ja nun schon. Hä, wie kannst du denn? Wie soll man denn das ausweichen? Ach so, okay. Na komm, du scheiß Berg-Gorilla, komm. Ja, 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 ja. I'm at the winner of my house. Come on, guys, I'm at the winner of my house. Verdammte Kacke Au Nein, verdammte Scheiße Du Kackspacken, du Blöder, dämlich schon Das machst du nicht nochmal mit dem Commander Ja, großartig Du bist gut, Russell? Ja? Ich habe nichts über deine Mutter gesagt, oder die Tiere zu tun. Du hast es? Nein, aber ich möchte, dass du zu stoppen, die Weak-Kids zu tun. Warum? Weil es ein paar Kinder in diesem Ort braucht, und du hast die Leute zu tun, die nicht. So ich möchte, dass du mich, und ihn, alleine bist. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. Ganz, ganz, böser Russell. With Russell pacified, I could be forgiven for thinking my troubles at Bullworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Okay. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir. Sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So, what's it to you? Hey, listen, we like to box the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bullworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Okay. Ich würde meinen, wir gehen erst mal. Fuck, wir haben gleich Schulbegin. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen schweilen, dass wir noch schnell speichern können. Und dann wieder zurück. fahren können. Lassen wir das noch rechtzeitig zur Schule schaffen. Speichern. Und. Ja, das ist es auch schon für die Folge gewesen. Die ging nur ein paar Minuten länger als geplant. Aber. Mag okay sein. Ich kann ja nicht während einer Mission oder so einfach mit der Folge. Aufhören wäre ziemlich kacke. Uh, Entschuldigung. Wäre halt nicht so toll. Gut, vor allem, da sie jetzt vorbei war. Ich meine, wenn eine Folge dann noch, oder wenn eine Mission noch länger geht, dann kann man ja mal zwischendrin mal aufhören. Okay, das mag in Ordnung sein. Aber jetzt. Ja, okay. Egal. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Oder ich würde mich zumindest freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.